Ein Affen, ein Schiedsrichter, ein Hund und ein Fuß sind im Samen durch den Wald. Dann denken sie plötzlich eine große, frische Wurst, die mitten auf dem Meer gelacht. Ihr Leben musste sie verloren haben. Beide Kinder stößten sich hier auf die Wurst. Jeder mag sie sich alleine haben. Nachdem sie eine Weile ohne Schienen um ihren Bruch gekämpft hatten, erlten sie sich an Schienen zurück zu befragen. Aber sie müssen die Schienenkriege wiederholen. Sie haben einen Angriff für die einer Böse, die Bruch auf der Haut gegeben haben. Das war ein Siegkind, ein Schienenkriege. Er hat sie Erfahrung, als sie eine Schiene auf die Schiene bekommen haben. Die Sache ist klar, die Weise, die ein Abhaltung des Schiedensrichter beiztrenllt. Jürgen nahm die halbe Wurst, damit zerbrach der Raffe die Wurst und legte die beiden Teile in dieser Schale eine Waage. Das eine Wurstende war schwer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Traf er bis von diesem Stück einen großen Ablauf und schloss ihn auf. Nun wurde er die beiden Teile noch einmal. Diesmal zählte sich die andere Schale nach unten. Hab schloss bis drauf von diesem Teil einen Ablauf. Die Wurstprüftherapie zeigt sich, dass jetzt wieder das erste Stück, wo es zu schwer war. Einmal von jedem Teil, bis die Wurstprüftherapie ein Stück kam. Jedoch die Waage zeichnet sich in ihr Gleiches an. Die Wurstenden wurden immer kleiner. Die Augen und Hund und Fuß übergelöstet. Schließlich Lutschkurs waren sogar die beiden Fußzeppel verschoben. Und die Wurst hatte lecker geschmeckt. Mit einem tollen Schwanz schlitten der Hund und der Fuß davon. Sie waren so müde über sich selbst und in Jeans trinken, dass sie nach vor der Zeit übereinander herkriegen, und nun einmal mit mir zu raufen. Der Afteabend freilich über sechs Jahre mal. Vielen Dank.